Ist Niklas Füllkrug beim VfB Stuttgart ein Kandidat auf die Nachfolge von Zero Girassi? Wie Patrick Berger berichtet, der ja in der Regel gerade was den BVB angeht auch gute Informationen hat, soll sich der VfB erste Informationen bezüglich eines Transfers eingeholt haben. Es gab aber noch keinen konkreten Vorstoß. Weiter heißt es, die Schwaben rechnen sich Chancen aus, weil der BVB ausgerechnet Zero Girassi will. Ob sich ein Wechsel realisieren lässt, ist zur Zeit noch offen. Füllkrug will sich zur Zeit voll auf die EM konzentrieren, was ja auch völlig verständlich ist. Außerdem auch Klubs aus Italien und Spanien sollen wohl ein Auge auf Füllkrug geworfen haben. So, jetzt ist es so, dass Füllkrugs Vertrag bei Borussia Dortmund noch bis 2026 läuft und er in der vergangenen Saison an sich jetzt auch nicht unbedingt schlecht war. In der Bundesliga bringt er es beispielsweise in 31 Partien auf 12 Tore und 8 Vorlagen, das sind 20 Scorer insgesamt. Also wirklich keine allzu schlechte Quote dafür, dass der BVB wirklich eine sehr schlechte Spielweise teilweise hatte. Da kann man Füllkrug keinen Vorwurf machen, dass er nicht noch ein paar Tore mehr gemacht hat. Ich glaube, da war schon die ganze Mannschaft daran beteiligt, dass man keinen 20-Tore-Stürmer hatte. Und was man auch mal sagen muss, in einigen großen Spielen hat Füllkrug seine Tore gemacht. Füllkrug hat wichtige Tore gemacht. Und ich halte ihn auch nach wie vor für einen sehr guten Stürmer, wenn man denn das richtige System hat. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze noch unter Nuri Schein weiterentwickeln kann. Jetzt ist es aber natürlich so, dass der BVB eventuell den Zuschlag bei Zero Girassi bekommt. Da sollen ja die Chancen nicht allzu schlecht stehen. Und das würde ja dann bedeuten, dass Niklas Füllkrug wahrscheinlich nur noch Stürmer Nummer 2 beim BVB wäre. Plus, aus BVB-Sicht muss man ja dann auch mindestens einen Stürmer verkaufen. Allaire und Moukoko sind da die eigentlichen Kandidaten, die auf der Streichliste stehen. Aber Moukoko will sich unbedingt weiter beim BVB durchsetzen. Und Allaire, da weiß man nicht, ob man ihn tatsächlich verkauft bekommt. Und sollte man sich von keinem der beiden trennen können, dann kann ich mir vorstellen, dass man auch Füllkrug keine Steine in den Weg legen würde. Aktuell ist es ja auch so, dass man gar nicht mal so unwahrscheinlich auch eine gute Ablöse für ihn generieren könnte. Wie gesagt, seine Stats beim BVB in der vergangenen Saison waren solide. Er hat in wichtigen Spielen getroffen. Jetzt gerade bei der EM hat er auch schon zwei Treffer erzielt. Sein Marktwert liegt bei 15 Millionen Euro. Höher ist er in seiner gesamten Karriere noch nie gewesen. Zwei Jahre Restvertrag. Ich kann mir gut vorstellen, dass man Füllkrug also für eine Summe zwischen 15 bis 20 Millionen Euro verkaufen könnte. Oder sagen wir mal 15 bis 18. Und ich denke, das wäre dann auch die Summe, die man vom VfB Stuttgart verlangen würde. Und da stelle ich mir dann halt die Frage, sind die Stuttgarter oder wären die Stuttgarter wirklich bereit, für einen 31-Jährigen 15 Millionen Euro plus auszugeben? Klar, Füllkrug hat seine Qualitäten. Er könnte Zero Girassi sofort ersetzen. Aber jetzt doch mal abgesehen von der Ablösesumme. Er verdient beim BVB 6 Millionen Euro. Beim VfB würde man ihm vielleicht etwas mehr als die Hälfte bieten. Und da wäre jetzt auf dem ersten Blick meine Prognose eher ein Wechsel ins Ausland, falls Füllkrug den BVB aufgrund der Konkurrenzsituation verlassen möchte. Oder der BVB-Inhalt verkaufen muss, weil man die anderen beiden in Anführungszeichen nicht los wird. Was man jetzt aber auch nicht vergessen darf, vor gar nicht allzu langer Zeit haben die Ruhrnachrichten eine Liste veröffentlicht, mit Spielern, die beim BVB unverkäuflich sind. Und da stand der Name Niklas Füllkrug auch drauf. Von daher muss ich auch erstmal zeigen, ob der BVB überhaupt bereit wäre, ihn ziehen zu lassen. Man muss ja auch so ein Stück weit die Champions League Reform im Hinterkopf haben. Und das ist ja auch demnächst sowas wie eine Klub-WM gibt. Da hast du locker mal 60 Spiele in der Saison. So könnte ich es mir zumindest vorstellen. Gerade wenn man auch versucht, lange dabei zu bleiben. Und dann brauchst du auch zwei Stürmer auf einem guten Niveau. Sodass ich schon auch glaube, dass beide definitiv auf ihre Einsatzzeiten kommen würden. Aus BVB-Sicht wäre ein Füllkrugverkauf meiner Meinung nach hauptsächlich deswegen vielleicht interessant, weil er von den drei Abgangskandidaten mit das höchste Ablösepotenzial hat. Es würde definitiv Interessenten geben. Das kann ich mir auch vorstellen, jetzt mal abgesehen von Stuttgart. Und wenn man ihn gut ins Spiel einbindet, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir hier von einem knapp 20-Tore-Stürmer sprechen. Ich hätte oder würde es ihm auch beim BVB zu trauen, wenn man denn ihn in das passende System packt. Die sportliche Sicht aus Füllkrug, ich sag mal so, wenn Zero Gerasi kommt, dann ist es naheliegend, dass Gerasi Stammspieler wird und Füllkrug in vielen Spielen von der Bank kommen müsste. Und ich glaube, das ist etwas, was Füllkrug im Vereinsfußball nicht so freiwillig akzeptiert wie bei der deutschen Nationalmannschaft. Da geht es ja auch nochmal um was anderes. Ich glaube, er ist froh, dass er überhaupt dabei sein kann. Da sprechen wir auch von einer Ehre. Ich glaube, das ist wirklich nochmal ein ganz, 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 ganz großer Unterschied. Und ein Füllkrug, der sich gefühlt auch, ja, jetzt seit knapp zwei Jahren in sowas wie einer Prime befindet, der wird insgesamt spielen wollen. Und da muss man dann auch mal schauen, ob er sagt, ja, wenn Gerasi kommt, würde ich vielleicht eine Luftveränderung anstreben. Und dann könnte es vielleicht auch deswegen zu einem Wechsel kommen. Aber da es hier auch um den VfB Stuttgart geht, brauchen wir natürlich auch deren Sicht zumindest. Wir müssen uns so ein bisschen in die Sicht hineinversetzen. Die Geschichte um Dennis Undaf sieht wieder ein bisschen besser aus. Da gab es gestern Berichte, dass sich der VfB zumindest mal mit Undaf auf einen Vertrag einigen konnte. Jetzt muss man natürlich noch gucken, dass man die Geschichte mit Brighton klärt. Da wissen wir ja von einer Rückkaufklausel, die vermeintlich direkt gezogen werden kann, sobald der VfB die Kaufoption zieht. Deswegen wird es da noch Verhandlungen geben müssen. Plus, dass Hürzeler den Spieler gerne halten würde. Aber Undaf will unbedingt zum VfB. Und ich denke, am Ende wird das schon klappen. Ich gehe aber davon aus, dass es ein sehr teurer Transfer wird. Und da stelle ich es mir dann schon schwer vor, zusätzlich noch einen Niklas Füllkrug dazu zu holen, der auch nicht günstig wäre aus VfB-Sicht. Wie gesagt, mindestens 15 Millionen Euro Ablöse, eher noch einen Ticken mehr, plus das Gehalt von Füllkrug. Klar, die Stuttgarter könnten es sich leisten. Das wäre jetzt nicht das allergrößte Problem an sich. Aber man hat ja gerade auf vielen Positionen das Problem, dass der ein oder andere Stammspieler den Verein verlässt. Und da kannst du jetzt natürlich nicht nur Talente dazu holen, die dann vielleicht günstig sind und womit du den Kader voll machen kannst. Da wird man auch den ein oder anderen Transfer tätigen müssen, wo man etwas tiefer in die Tasche greift. Zumindest stelle ich mir das so vor. Und auch wenn Füllkrug eine Sofortverstärkung wäre und ich mir auch wirklich vorstellen kann, dass er beim VfB in der Lage wäre, wenn man die Spielweise ähnlich wie in der vergangenen Saison hinkriegt, 20 Tore zu erzielen ungefähr, muss man halt bedenken, dass er schon 31 Jahre alt ist. Man weiß nicht, wie lange er noch spielen wird. Natürlich bei einem Stürmer könnte es noch 5 Jahre sein, keine Frage. Aber ein weiter Verkaufswert wäre hier eben nur sehr unwahrscheinlich gegeben. Dann wiederum auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass der Stürmermarkt extrem schwierig ist. Die meisten halbwegs soliden Stürmer gehen ja wirklich für extrem viel Geld über die Bühne. Und da gäbe es dann echt nicht allzu viele, die dir eine Quote wie Füllkrug garantieren und gleichzeitig bezahlbar wären. Wobei ich nach wie vor, wie vorhin schon gesagt, das Gehalt von Füllkrug als größtes Problem beim VfB sehen würde. Weswegen ich mir, wenn dann aus Füllkrugs Sicht, einen Wechsel ins Ausland eher vorstellen könnte. Weil ich glaube, dass es gerade in der Premier League Vereine geben würde, die vielleicht sagen, ja so einen Stürmer können wir gebrauchen. Der hat bei der EM abgerissen. Hat in der Champions League das ein oder andere wichtige Tor gemacht. Dem würden wir mal mindestens dasselbe Gehalt wie der BVB zahlen. Und deswegen wäre meine Prognose jetzt am Ende alles in allem, dass ich einen Wechsel von Niklas Füllkrug zum VfB Stuttgart für sehr unwahrscheinlich halte. Ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube, dass man sich dann am Ende doch auf einen anderen Spieler konzentrieren wird. Einfach weil das Paket wahrscheinlich zu teuer ist, inklusive das Alter. Plus, dass das alles ja irgendwo auch davon abhängt, dass Gerasi auch wirklich beim BVB landet. Denn wenn der Gerasi-Wechsel zum BVB nicht klappt, dann ist es ja fraglich, ob die Dortmunder da jetzt wirklich noch einen anderen Spieler finden, der ein Upgrade zu Füllkrug darstellen kann und gleichzeitig noch ins Budget reinpasst. Das ist dann auch noch eine Sache, die hinzukommt. Aber ich gebe jetzt an der Stelle natürlich auch wie immer an euch weiter. Was denkt ihr? Niklas Füllkrug und der VfB Stuttgart. Könnte das passen? Oder haltet ihr das Ganze auch eher für unwahrscheinlich? Schreibt mir da gerne mal eure Meinungen in die Kommentare. Ansonsten findet ihr wie immer mein neuestes Video in der Endcard. Schaut da gerne mal vorbei. Lasst ein bisschen Liebe da. Und in dem Sinne Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's wie immer besser und bleibt am Ball.